Soll man? Also das kann ich euch schon sagen. Wer soll zu sein wie er ist, jeder soll zu sein wie er ist. Die bayerische Kultur dort darf verschandeln. Geht nichts. Können wir mit uns nicht machen. Wenn ich das nur einmal wiederhole, wofür ich in der Vergangenheit Ärger gekriegt habe, weil ich es über den Kohl gesagt habe. Wenn ich das nur einmal wiederhole und sagen soll, ja genau, da hast du recht, ja genau, das ist richtig. Ja stimmt. Aber damals haben sie mich verfolgt, damals habe ich Auftrittsverbote gekriegt. Listen habe ich schreiben müssen mit was für Titel drauf. Heute sagen sie ja klar, genau. Ein Sturm zeigt auch von Norden, die Menschheit rebelliert. Endlich ist soweit hier Leute, heute Nacht, heute Nacht, heute muss passieren. Wir sind die neue Macht im Land, wir müssen denen zeigen, dass besser miteinander geht. Und ich sag dir was, du schaffst das nicht allein. Afrika verhungert, Jugoslawien der Fried. Hör nicht auf Politiker, wenn's bloß noch appellieren. Hör nicht auf die Mächtigen, hör endlich einmal auf dein Herz. Und los mit Nitalua, los mit Nitalua, los mit Nitalua, na. Los mit Nitalua. Los mit Nitalua. Los mit Nitalua Los mit Nitalu